Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witness. Ich bin der Naik und endlich haben wir dieses Rätsel hier gelöst. Ich hab's aufscreen mal gemacht und ja, jetzt hat er leider schon reingelabert. Mit dabei heute ein kleiner Special Guest, nämlich der Max. Hallöchen. Guten Abend. Und der guckt per Skype-Bildschubertragung zu und rätselt da ein bisschen mit mir mit. Und ja, deswegen denke ich auch, werden wir hier nicht die 60 FPS in diesem Part, in diesem Part, wo Max dabei ist, erreichen. Aber das macht nichts. Es sind immer noch 50. Ja, für mich sind es ungefähr 12. Scheiße, jetzt kommen wieder diese Teile. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert. Ich weiß nicht, wie das mit diesen Vierecken hier funktioniert. Ja, ich auch nicht. Ja, das ist mir klar. Ne, aber das hier können wir jetzt, jetzt können wir das schon wieder nicht lösen, weil ich es nicht hinkriege. Ich weiß einfach nicht, was es mit diesen Vierecken hier auf sich hat. Mit diesen, was soll das sein? Tetris-Blöcke. Was soll das sein? Ich meine, pass auf. Ich glaube, es ist Tetris-Spiel. Nein, halt dein Mal. Wir müssen jetzt das erstmal wieder verlassen hier. Ach, Gastfreundschaft. Wir müssen das Schluss jetzt erstmal wieder verlassen, denn dazu muss ich erstmal solche Schiebe-Sachen machen. Und ihr wisst schon. Moment, ich zeig das mal eben. Warte mal, hier ist ja noch ein Labyrinth. Hier war ich ja noch gar nicht. Hier sind irgendwie die ganzen Türen zu, habe ich das Gefühl. Sieht so aus. Oh, ja, hier komme ich her. Ne, hier sind aber alle Türen noch zu, bei den Labyrinthen. Da komme ich nicht nur wohin. Doch, in das Labyrinth hier komme ich, aber... War das irgendein Grund? Komm ich hier irgendwo weiter? Ne, sieht nicht genau aus. Nicht aufgeben. Nicht aufgeben. Ha, tatsächlich. Tatsache. So. Welchen Weg bin ich gelaufen? Deh, so. Ich glaube, so bin ich gelaufen. Ach, so von mir in die Dinger. Ne, so bin ich nicht gelaufen. Okay, dann muss ich nochmal gucken. Doch, das war so, 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 so. Ach ja, dann habe ich da so ein Ding genommen. Also so. So müsste ich gelaufen sein. Ja, okay, perfekt. Alles klar, dann machen wir erstmal hier weiter. Jetzt haben wir auch hier so eine Tür geöffnet und können das nächste Labyrinth. Und jetzt muss man es merken, wir kommen unten links rein. Und gehen jetzt einfach bis zum Ende durch. Hä? Leih. Okay. Also ich bin diesen Weg hier gelaufen. Ja. Ist aber falsch. Hä? Warum ist das falsch? Warum war das jetzt falsch, Mann? Oder ist das jetzt einfach nur Glück wieder? Das verstehe ich jetzt gerade nicht ganz. Oder muss ich den gleichen Weg laufen wie gerade oder irgendwie anders? Hä? Ich verstehe es nicht. Ich mache mal so. Ist auch falsch. Hier, es ist übrigens wieder sehr simpel, denke ich. Ich habe mich für Chuck's einfach nur wieder. Ja, wahrscheinlich. Aber ich verstehe es gerade auch nicht. Tja, das ist natürlich... Ich mache mal so. Einfach alles ausprobieren. Auch falsch? Auch das nette Grübeln beim Rätsel davor jetzt gerade. Ja. Vor der Aufnahme. Das stimmt. So, hier ist... Ne? Und so, hier ist der Eingang. Ui. Und da ist ein Busch. Und jetzt gehe ich hier so durch und dann... Das ist mir quasi eine Henke. Und dann muss ich der Linie hier folgen. Ne, ne? Die geht da einfach... Nein. Nein. Ne, das ist Bullshit. Tja, was machen wir denn da? Ich mache mal so, so, so. So, 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 so. Ne. Ja, okay. Einfach unraten. Ich glaube, das bringt nicht so viel. Ich verchecke es einfach nur wieder, ne? Irgendwas übersehe ich hier gerade wieder dermaßen. Dann vielleicht musst du tatsächlich so einen ähnlichen Weg gehen wie vorher. Ja, warte. Hier ist doch die Tür aufgegangen. Dann gucke ich mal. Ne, das kann nicht sein. Ich bin hier so nach links, hoch, rechts, dann in so einem Bogen und dann in Schlängellinien. Warte mal. Links, hoch, rechts, hoch, dann in so einem Bogen. Aber dann fehlen die Schlängellinien. Links, hoch, rechts, hoch, dann in so einem Bogen. Ne, das hatten wir auch schon mal. Ne. So, aber liegt es an mir, dass ich irgendwas ver... Also, du checkst es auch nicht, ne? Ne. Was, ich glaube... Was gibt es da zu checken? Es ist eigentlich total easy. Alles, wenn du mal es checkt, ist alles total easy. Ja, aber es gibt es da. Du kannst überall langlaufen. Das stimmt. Vielleicht den kürzesten Weg? Den kürzesten, du hast recht. Das ist vielleicht keine... Aber das wäre doch eigentlich... Der kürzeste Weg. Was ist das für welcher war der kürzeste Weg? Ist das der hier? Ich weiß es nicht. Ne, 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 ne. Nein. Das wäre... Das wäre... Das ist der kürzeste Weg? Ja, wahrscheinlich nicht. Sah nur in meinem Kopf kurz aus. Alles klar. Viele Sachen sehen in meinem Kopf kurz aus. Das ist aber auch nicht richtig. Ich bin... Quasi sehr verwirrt. Ich merke auch gerade, ich habe mal wieder den Timer vergessen. Da, 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 da. Geil. Genies. Genies. Mach ich erst erst mal, ihr könntet dabei das schöne Reizeln. Genies. Schönes. 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 Ich kann den Timer wie nicht auf Stunde unterliefern, und... Ich mache mal so. Nö. Tja... Kommt nicht so. Nö, 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 Nö. Ja, genauso wie immer halt. Ja, aber was kann ich hier? Das ist so hier, hui, äh, hui, und hier, und das ist natürlich auch falsch. Warum sollte es denn auch richtig sein? Ja, eben. Ich versuche mal, einfach hier irgendwie, einfach irgendwelche Linien zu ziehen. Nö. Okay, dann steige ich hier noch nicht gerade ganz hinter, aber ich wollte ja in das Schloss sowieso erst später nochmal zurückkommen, denn ich muss erstmal checken, wie das mit diesen Vierecken, mit diesen Punkten funktioniert. Und dazu werde ich mich wohl jetzt erstmal wieder hier rausbegeben. Wir kommen ja auf jeden Fall später noch hin, wir gehen ja auch in die Wüste nochmal zurück und an diesen Bahnhof und überall gehen wir nochmal hin zurück. Oh, was ist da drüben? Da drüben ist etwas, ich weiß gar nicht, wo sind wir hier? Warte mal, hier ist das Schloss, ich weiß gar nicht, wo ist hier noch überall? Über da hinten möchte ich jetzt mal hin, gucken, was da so ist. Rechts ist das Dorf, sehe ich gerade mit der Mühle, nice. Wie ich dich gerade auf YouTube komplett anal penetrieren könnte, ich könnte irgendwelche Copyright im Hintergrund anmachen. Oder was du vorhin schon beim Worms-Zocken gesungen hast. Ah, just den Biber. Ja, 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 der Kerl ist zum Belieber geworden. Belieber, na, keine Ahnung. Ich bin selber der Biber, Junge. So, wie kann ich jetzt hier, kann ich hier auch irgendwo runter? Wall 3. Ich glaube, wenn Biber so aussehen würde wie du, ne, dann wäre der lange nicht so erfolgreich. Ganz etwas weiter vom Mikro weg. Na? Ganz ein Stück vom Mikro weg. Alles klar. Was so? Ja, so passt. So, ich gehe jetzt einfach mal an das Dorf, ich gucke mich mal ein bisschen um. Darum ist die nächste Kiste, die habe ich schon gesehen. Ich gehe mal hier einfach mal durch. Hallo. Okay. Blaue Säulen. Häuser und blaue Säulen. Nice. Da geht's hoch. Ui, blaue Säulen. Hier musst du mal aktivieren. Warte mal. Hier rein. Das ist ja meine Lieblingssäulen. Mein Lieblingssäulengeschmack. Aha. Ui. Sieht ja komplex aus. Ah, hier gibt's auch wieder irgendeinen bestimmten... Warum? Alter, was... Hä? Versucht mal einen Penis zu malen, ist bestimmt die richtige Lösung. Oh, ist das mal ein Bullshit. Alter, können wir auch noch nicht lösen. Irgendwas ist hier, was wir lösen, was wir... Ach, keine Ahnung. Irgendwie kriegen wir hier Hinweise. Hochgradig verwirrt. Oh, wie nice. Da ist die Windmühle, da will ich hin. Warte mal. Ui. Boah. So, wo heißt die Windmühle? Hab schon wieder vergessen, scheiße. Wo ist die Windmühle? Da, da möchte ich hin. Denn... Ja, obwohl ich muss leider sagen, die Windmühle, das Rätsel kenne ich schon. Das ist auch nicht so schwer. Das sieht man sofort, was man da tun muss. Du mieser Cheater. So, aber das ist... Das wäre dann das Rätsel für die... Oh, das ist interessant. Das sieht interessant aus. Jetzt können wir hier zwei Sachen aktivieren. Einmal hier lang. Wir müssen beides... Warte mal, wir müssen beides aktivieren. Hä, so egal. Nein, nee, stimmt, ich muss ja... Halt halt mal. Ach so, ja, nee, jetzt ist das andere an. Hey, guck doch mal, guck doch mal da hoch, was da... Ja, da ist die... Nee, was ist das eigentlich, das treibt die Windmühle? Ja, ja. Der Rotor. Der Rotor. Mal, was da passiert. Dreh das in eine bestimmte Richtung. Tatsächlich, das dreht sich ganz leicht nach Reichen. Und jetzt, wenn du den anderen aktivierst, dann wird sich das wahrscheinlich ganz leicht in die andere Richtung rein. Ja. Ich glaube, du hast es gerade... Ist halt angehalten. Wow! Wunderbar. Ist halt einfach angehalten. Ja, und so dreht er sich. Ja, gut, dann lasse ich sie erst mal drehen. Und geh mal hier in den Keller runter. Oh shit, was ist denn hier los? Oh shit, was ist denn hier los? Oh, was ist denn hier reingebaut? Also, wahrscheinlich eine Mine. In der Windmühle? Hä? Hä? Baust du dir auch nicht... Baust du dir nicht auch immer eine Mine in deiner Windmühle? Ich mach doch jeder heutzutage. Die ganzen coolen Kids machen dort. Sehr interessant. Die ganzen, die ganzen hippen... Äh... Hippen... Sonst was. Oh, geil. Mensch, halt. Guck mal, was wir hier haben. Ein weiteres... Ich trenne alles. Wo muss man denn hin? Rassentrennung. Als ich mir dein Video angeguckt hab, ne? Ich dachte mir sofort, Rassentrennung. Als du gesagt hast, wir müssen die Schwarzen und den Weißen trennen. Oh! Oh nein! Och nein! Och nein! Was ist denn das? Och, jetzt muss ich eigentlich nochmal ganz zum Anfang... Ich wusste nicht, dass das nochmal eine Rolle spielen wird. Fuck, wie war das nochmal? Och nee, och nee, och nee. Loy. Zählt das jetzt? Was? Halt's ob, Alter. Ich glaub nicht, dass das richtig ist. Ich glaub, das ist jetzt einfach... Lol, war das tatsächlich richtig? Ne, guck, das zählt. Das nimmt ja auch an. Aber es gibt hier einen bestimmten Weg. Ja, ja. Och Gott, nein. Ja, ich weiß aber... Ich möchte jetzt erstmal hier lang gehen und gucken, was wir hier haben. Aber noch mehr Rätsel. Geil. Nein! Nicht so eine Scheiße wieder. Jetzt diese Symbole, die weiß ich... Ich weiß nicht, was das ist. Oder müssen da einfach... Warte, ich guck mal. Oder müssen hier einfach so... 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 Vielleicht müssen die auch getrennt werden. Das glaub ich nicht. Vielleicht sind das irgendwie... Weiß das Weiße sind die Weißen, das Schwarzen sind die Schwarzen. Und die Tetris-Dinger sind Asiaten oder irgendwas. Ja, was sind diese komischen Teile hier? Was ist das denn hier für ein Bullshit? Ich verstehe es nicht. Ah, gut. Boah, alter Schwede, ey. Ich muss schon sagen, ich habe mir ein paar Mal an die Stirn geklatscht, als ich dein Video gesehen habe. Aber, naja. Das können wir hier nicht... Ja, das funktioniert nicht. Ach, keine Ahnung. Hier müssen wir auch später wieder hinkommen. Ich check die ganzen drei Hetzel hier nicht, Mann. Guck mal, was hier drin so ist. Hier ist einfach nur so ein Raum. Boah, erst mal googelt. Ne, aber das hier, das können wir gleich lösen. Moment. Dazu muss ich jetzt einmal... Erst mal zurücklatschen. Erst mal einen weiteren Weg zurück machen. Ja. Äh, was ist das denn jetzt hier? Achso. Ich habe schon gedacht, warum ist jetzt hier die Tür zu? Aber ist gar nicht. Dann gehen wir hier wieder... Übrigens, ich habe eine Theorie aufgestellt. Das weiß der Max noch nicht, da ich ja erst Part 1 hochgelein habe zu diesem Zeitpunkt. Ähm, ich habe eine Theorie aufgestellt, dass diese ganze Insel fake ist und dass wir hier nur getestet werden und so. Weil, ähm, angeblich, wir haben ein Tongerät gefunden. Ähm, aus dem Jahre 1430. Da spricht eine Frau halt so Sachen zu Gott und so. Aber, 1430, gab es noch keine Tongeräte. Tonband und sowas. Deswegen glaube ich, dass das alles hier nur verarscht ist. Oh, warte mal. Vielleicht hast du auch Geburtstag und deine Freunde haben die so Schlafpillen ins Getränk gemischt. Und das ist einfach nur alles so ein Joke. Auf jeden Fall. Alter, stell dir das mal vor, das wäre eigentlich eine saudi-geile Story. Am Ende sind da so einfach alle deine Freunde... Boah, voll geil verarscht, Alter. Das wäre die Megastory schlechthin, ey. Boah, krass. Wo muss ich jetzt... Das kann ich mir irgendwie voll gut vorstellen. Jetzt muss ich erst mal gucken, wo es hier zurück zum Anfang geht. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Ich bin schon wieder völlig falsch gelaufen, glaube ich. Fuck. Warte mal, da war doch hinten der Kirschwald. Ich habe ihn noch gesehen. Der Kirschblütenwald. Und hier hinten war irgendwo das Haus. Wo ist das Haus? Hier ist das Haus. Okay, da geht's zurück. So, denn wir haben ja eine Zeichnung gefunden in Part 2. Und zwar hinter dieser Tür. Tada. Ui, doi. So, dann müssen wir... Nämlich hier ist der Start. Dann müssen wir einmal den unten rum, den hoch und dann den wieder unten rum. So, das werde ich jetzt gucken, ob das klappt. Du wirst es sowieso bis dahin vergessen haben, so wie ich dich kenne. Das kann tatsächlich ganz gut möglich sein. Und ich werde es mir auch nicht merken, weil ich noch schlechter ins Wort bin. Boah, guck mal. Diese Ablenkung, diese pinken Bäume. Boah, guck mal diese anderen Rätsel, die du wahrscheinlich nicht verstehst. Boah, wie wunderschön das doch ist. Warte mal einen kurzen Ausblick. Du wirst jetzt einfach dein Maul und wir gucken, ob wir das Lorette jetzt hier gelöst kriegen. Boah, das war noch nach links oben und dann nach in die Mitte. Die Controller, diese Empfindlichkeit von der Controller, so niedrig, ey. Haben wir die nicht hochstellen? Ich kann die Mausding ins Umstand, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Warte mal. Hier die Maus, äh, Mausgeschwindigkeit. 2D, 3D. Ist das das? Hat es was gebracht? Ich glaube nicht. Weiß ich doch nicht. Du hast den Control in der Hand. Ja, aber das habe ich gemerkt, dass es ein bisschen niedrig ist. Ist aber auch eher ein entspannendes Spiel. So, jetzt pass auf, wir fangen nämlich hier an, gehen hier. Oh Gott. Oh, Alter. What the fuck? Das hat die Mausgeschwindigkeit. Ja, das ist die Mausgeschwindigkeit. Okay, Moment. Boah, Alter. Lass mich im Arsch. Immer noch zu schnell. Moment. Ja, deswegen ist das wahrscheinlich, äh, anfangs so niedriggestellt. Kann theoretisch daran liegen. So, hier unten rum, hier hoch und wieder unten. Hä, das geht ja gar nicht. Hä? Du musst jetzt... Hä? Okay, dann war das hier doch falsch. Nein, vielleicht in die andere Richtung. Ich glaube, ich kann nur hier oder da unten starten. Ich weiß ja auch nicht, was ich tun muss hier. Boah, Alter. Oder hat das was? Wahrscheinlich denken wir uns gleich beide so, boah, Alter, das war so einfach. Da oben geht auch so eine Bock her lang. So ein Scheiße. Ja, ernsthaft, man denkt sich immer am Ende, das war so einfach. Das ist ja das Problem. Ja, vor allem, wenn man sich dann so ein Video anguckt. Boah, Alter, boah, Alter, boah, Alter. Habe mir tatsächlich zwei, drei Face Palms gegeben. Ich habe keine Ahnung, Leute, tut mir leid, also ich habe echt keine Ahnung, was das... Moment mal, natürlich geht das zu Depp. Das geht nicht, nein. Doch. Guck doch. Geh jetzt unten rum. Hey, das ist doch... Geh doch jetzt unten rum. Geh doch beim dritten einfach unten rum. Da oben und dann da unten. Lol. Du hast recht. Oh Gott, was zum... Lol. Well, that's no better a solution than any of the others, is it? So, in the end, have we learned anything from this look at... ...why the world turned out the way it did, that's of any use to us in our future? Something, I think. That the key to why things change is the key to everything. How easy is it for knowledge to spread, and that in the past, the people who made change happen were the people who had that knowledge, whether they were craftsmen or kings. Today, the people who made things change, the people who have that knowledge, are the scientists and the technologists, who are the true driving force of humanity. And before you say, what about the Beethovens and the Michelangelos, let me suggest something with which you may disagree violently. That, at best, the products of human emotion, art, philosophy, politics, music, literature, are interpretations of the world. That tell you more about the guy who's talking, than about the world he's talking about. Second-hand views of the world, made third-hand by your interpretation of them. Things like that. As opposed to this. Know what it is? It's a bunch of amino acids, the stuff that goes to build up a worm, or a geranium, or you. This stuff's easier to take, isn't it? Understandable. Got people in it. This scientific knowledge is hard to take, because it removes the reassuring crutches of opinion, ideology, and leaves only what is demonstrably true about the world. And the reason why so many people may be thinking about throwing away those crutches is because, thanks to science and technology, they have begun to know that they don't know so much. And that if they are to have more say in what happens to their lives, more freedom to develop their abilities to the full, they have to be helped towards that knowledge that they know exists and that they don't possess. And by help towards that knowledge, I don't mean give everybody a computer and say, help yourself. Where would you even start? No, I mean trying to find ways to translate the knowledge, to teach us to ask the right questions. See, we're on the edge of a revolution in communications technology that is going to make that more possible than ever before, or, if that's not done, to cause an explosion of knowledge that will leave those of us who don't have access to it as powerless as if we were deaf, dumb, and blind. And I don't think most people want that. So what do we do about it? I don't know. But maybe a good start would be to recognise within yourself the ability to understand anything, because that ability is there, as long as it's explained clearly enough. And then go and ask for explanations. And if you're thinking right now, what do I ask for? Ask yourself if there's anything in your life that you want changed. That's where to start. Das war's mit The Witness, mit diesem schönen Filmchen verabschieden wir uns aus diesem Part und sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ciao. Tschüss.